hallo mein name ist Leonardo ich mache jetzt zwei cases auf es sind zwei waffengiste handschuhe also zwei glove 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 wie auch immer cases haben wir jetzt zwei schlüssel gekauft und mal sehen vielleicht ist ja irgendwas geiles drin öffnen schlüssel benutzen das kann ja alles drin sein oder irgendwelche handschuhe special handschuhe ich habe keinen plan wie viel die skins wert sind weil ich davon keine ahnung habe um ehrlich zu sein habe ich nur ein bisschen eben gerade damit beschäftigt eine p2012 werde vermutlich verlust gemacht haben so egal ist der kiste öffnen schlüssel benutzen vielleicht kriegen wir jetzt den gleichen skinder macht werde ich komisch aber nein wir kriegen mexer und so und eine mexer und so ist glaube ich sieben cent für mich nicht alles täuscht sieben cent doch so viel gewinne gemacht man hier mexer und so auf dem community markt verkaufen platte gut ist 17 cent wird doch so viel ist nicht ganz das was ich reingesteckt habe und das ging jetzt öffnen wird kackig laufen danke fürs zusehen oder so